Waffe man ein bisschen und schon wird man bestraft. Auwe... Der andere Typ hat nicht einmal den Skin auf der AK gekettet. Eiiii Jeeee Da schwammt man schon wieder böse. Das böse sein. Eier der hat da einen Ping von 12, also der wohnt ihm selber. Ja, wenn nicht, sonst haben sie beide mal da 5-Jahres-Mederihe. Boah! Dann. Aber nur ein beseser. Aber der rennt ordentlich. Nein, beide. Ah, beide. Ich hab'n Headshot. Ah, der spielt Tech-9. Ja. Boah, siegt das so lang. So, P2-50. A Smoke. Und nächste Runde Autoshotting. Ah, beide Schotten. Ah, komm. Die sind einfach durchgecrushed. Mit Autoshotting. Schade. Okay, so. We are Oscar Mike's throwing smoke. Warten mit der Bühne. Dort, Runde Apps. Apps, glaube ich. Ja, klar. Na. Na, wohl, bangt er mich. Aber verdient. Der verdient. Der Hosen-Storm-Shit-King. Der hat bald auf meine Leiche geschossen. Der hat noch verdient. Aber gut, gut T-Bang. Kleiner Salz-Spray drauf. Langsam Salz auf die Wunde füge. Push, push, push. Smoke. Grenade out. Die Wunde ist noch mit. Ich glaube. Dann hat es gekratzt. Ach, der ist sogar noch im Spawn. Immer gerade auch. Gratis AK geholt. Hm. Die Wunde ist noch im Spawn. Der hat mich gerade auch gratis AK mit. Mwah. Die Default AK. So lange im Sonne. Ja. Let's go, let's go. Smoke. Smoke. Flashbang. Throwing grenade. Fire in the hole. Zack. typing. Aaaaaaah. Andere Epps. Epps. Beckner ist jetzt runtergesprungen. Durch. Stoing Flashbang. Bomb has been planted. Das ist so cool. Er hat wirklich das zweite als Fake gewinnt, warum auch immer. Wir sollten einfach durchziehen sollen. Schade. Und er ist da bei mir. Sie hassen ihn. Ich weiß. Er steckt mich jetzt hinter dem blauen. Wir sind beide in der Mitte. Oh, jetzt schreibt er. Ja, wirklich? Noobs. Ja. Ich weiß zwar, dass sie jetzt auch noch Autoshock spielen werden, aber das ist mir so scheisse egal, was einer genug tut. Wir kommen jetzt damit lang. Ja. Wir kommen jetzt mal wieder. Okay. 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 Er ist glaube ich irgendwo lang da in dem Spalt zwischen Library gsi Beide sind on spot Einer kuttet jetzt, einer puste ich Also der wär oben gekommen, die hat schockern Die haben beide glaube ich schockern also Einer oben hast du gesehen Ist einer oben? Ja Ja, schauen wir, wer hinter dir jetzt kommt Ja Ja, machen wir mit den Schot Ja Schauen wir, dass wir den mit den Hosen runter wischen Schauen wir Lang Okay Rennen, springen Galil an Borde Ja 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 Das war's für heute. Ich habe schon einen Heller-Cover. Muss lang. Gott. Auto halt Pit. Reloaded. Hahaha. Er kommt von hinten glaube ich. Ja. Was hast du von hinten? Von uns am Spawn. Sogar hinter dir oben. Ebs. Nein. Wer war da um einen anderen. Ich kann den ja fahren. Sogar gratis M4 hin? Ne. Ja nochmal. Ja nochmal. Ja nochmal. Ja nochmal. Ich habe die Ekko. Der hat Konkeflaket. Der hat Konkeflaket. Der hat Konkeflaket. Er ist lang. Ja. 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 Ich habe gedacht die Smoke gibt ab. Halt die Smoke liegt so, dass ich da oben bekomme. Na komm her. Niemand denkt mit 5 Schuss habe ich noch nicht. Da hat statt nur ein Lauf aus dem Mokuse. So. Musik-Kit ausleihen. Und gebe ihm. Na gut. Hm hm. Good Shot. Ah shit. Äh. Ist immer nur Shot. Jetzt stimmt es gut. Kit jetzt hier aber. Ich denke mir, ich schleiche noch ums Ecke. Ich hab doch Musikkit ausgeliehen von dem Typen. Ich muss gute Hit haben. Fünf Arsch im Gerber. Jetzt hab ich es nicht gesehen. Hey, ich hab keine Pistole. Ja, woher? Ja. Ich schaue uns ein paar Taschenkern. Jaja. 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 Jaja.